so herzlich willkommen zu einem video von mir ich wasche jetzt decken und badetücher und handtücher was ich dazu heute benutze ist ariel color kompakt und damit das jetzt auch endlich mal weg ist die flasche die nervt mich schon langsam tue ich auch was von weiße riese rein genau und weiße riese kommt jetzt in die trommel rein ich muss erstmal die flasche aufmachen mache jetzt die trommel ist ganz voll ich mache jetzt irgendwie das riecht bestimmt auch ganz toll jetzt auch damit zusammen so ich mache zu dann hole ich geschwind ein bisschen mehr wasser jetzt schauen wir kurz nur genau dann ist jetzt was leer weiß jetzt nichts ich hoffe es reicht jetzt noch für die wäsche das ist jetzt einfach so rein das ist jetzt eh leer ich mache jetzt einfach alles dann habe ich auch so hier ist die tippe leer aber ich habe mir ja schon ein neues gekauft das würde ich jetzt mal aufstellen komm ich werde jetzt nach mit Wasser dann verhindere ich dass es nicht verklumpft so hier so hier so hier so hier so hier so hier so so hier so hier so so hier so so hier waschen auf 60 grad 2 stunden 30 minuten und das nächste ist möchte ich euch ein Beispiel zeigen den ich jetzt benutze heute und zwar habe ich mir bestellt, das habt ihr auch in einem Video von mir gesehen. Das riecht so süß, blumig, bonbon, lecker, spaß, so sieht das aus, weiß und dann kommt das so, hier rein, so klebt das hier so, so, wieder zu, nicht dass das ausläuft, da ist das Kleber, ich glaube das ist Kleber, weil das habe ich bestellt, das wurde nämlich geliefert und das riecht ganz ganz toll. So, kurz die Hände waschen, aber ich tue glaube ich noch ein bisschen Wasser rein, denn ihr seht ihr selbst. Wasser Plus hat jetzt nicht wirklich geholfen. so, nur. So. So. Es ist sehr, 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 sehr. So, das reicht jetzt. Oh ja, das ist gut. Das ist jetzt super. Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr Schaum geworden. Ich habe ja auch weiße Reza reingemacht, deswegen ist es vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Aber... Und da ist es, dass wir das jetzt hier fliegen sind. Und da ist es ja auch ein bisschen mehr Schnapp. Und da ist es jetzt ein bisschen mehr Schnapp. Und da ist es, ich habe nicht mehr, aber das ist ein bisschen mehr Schnapp. So, das ist es, dass ich auf jeden Fall schnapp. So, wir tun was schon mal zu drinnen. So, ich kann einfach, hier ja schon mal richtig drinnen. So, ich will. ja das wird jetzt auch ein kurzes video denn ich wollte euch nur kurz mitnehmen da ich jetzt weg muss wollte ich euch aber wenigstens jetzt hier bei der wäsche mitnehmen und ja dann würde ich sagen das war's mit dem video und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder